Herzlich Willkommen bei Tanzen macht Spaß mit Silvia und Manfred. Heute zeigen wir das Frisbee. Das Frisbee. Beim Frisbee schiebt und zieht der Herr die Dame nach außen. Er schiebt ein bisschen mit seiner linken Hand und er zieht ein bisschen mit seiner rechten Hand. Die Dame dreht sich mit einer Dreischrittdrehung nach rechts. Das sieht so aus. Das ist das Frisbee. So, die Figur, die sehen wir uns jetzt an mit Musik. 5, 6, 7, Start! Unsere Figurenkombination. 1, 2, 3, Start! Trennung. Handzuholung. Handzuholung, Herbfuhr. Grundschritt. Trennung. Klappchen. Kreise. Klappchen. Crispy. Grundschritt. Als Dankeschön, gebt uns einen Daumen hoch und klickt auf unser Abo. Und bis zum nächsten Mal. Silvia und Manfred. WerdebAC-Mog. Apropos. Welten Mannино. Wirklich. Kontrolle. Mü Idol. Es tut. wand freestyle. Wie sagen wir? Ich habe dort mehr Als in-person. Manfred. Es tut.